Mein Name ist Ralf Schiffner, bin 49 Jahre alt, habe seit 1989 mein Examen, arbeite hier in Bad Bildung im Herzkatheterlabor. Also mein Beruf macht mir einfach Spaß, weil man arbeitet mit Menschen zusammen. Man muss sich immer abstimmen, also es kann nicht sein, dass man irgendwas alleine macht, weil es muss ja auch mit den anderen dann zusammenpassen. Also mir ist es schon wichtig, dass ich halt was Gutes halt auch einem Patienten machen kann, die Angst nehmen, aber auch die Notsituation einfach lösen. Und es macht einfach auch Spaß, mit anderen Berufsgruppen halt zusammenzuarbeiten. Man arbeitet mit den Ärzten, in der Reha halt mit Krankengenasten. Teamarbeit ist eine ganz wichtige Sache, weil gerade so bei uns, wo ja Notsituationen aufgehen oder Notfälle auftreten können, muss es Hand in Hand gehen. Und das ist auch ganz wichtig, dass man sich austauscht, dass nicht nur jung arbeitet, sondern auch die alten Hasen ihre Erfahrungen und das Wissen einfach weitergeben können. Das Leitbild von Asklebius ist sehr umfangreich. Also mein Wichtigstes ist mit der medizinischen Innovation, aber auch soziale Beantwortung. Also bei Asklebius ist es schon so, dass halt auch medizinische Sachen, Erneuerungen eingebüht werden, aber halt auch die Mitarbeiter sehr gut geschult werden. Also ich arbeite jetzt ja nur sehr lange schon in meinem Beruf. Ich liebe ihn einfach. Die Überraschung, was der Tag bringt, ist also für mich toll und auch immer wieder die Erfolgserlebnisse, das ist schon eine tolle Sache. Also ich würde ihn auch immer wieder gerne lernen.